Wenn der uns was bringt oder ein Hellbett. Brauchen wir irgendwas in die Richtung? Hellbett, können wir. Wir brauchen mehr Spione! Die ganzen... Will irgendwie nochmal mal Spionen machen und die ganzen Leute da aus den Anti-Air-Towern bei der Technik rausholen? Ey, der stirbt mal wieder nicht. Bei der Technik. Unsere Technik. Oder Verstärker, Verstärker. Oh, Schalate. Warum lauft er nach Romilie? Töte ihn nicht. Wenn du in der Rom kommst, dann dürft sie sich auch eh nicht mehr treffen. Da komme ich aber nicht hin. Weil das sind zwei Anti-Air-Towern gesetzt auf den Weg dahin. Ich bin nur ein Weber, so weit wie sehr Schaden Anti-Air-Towern machen. Auch Weber. Keine Worte, okay. Äh, doch. Aber, wie wissen wir, ich bin die ganze Zeit, sobald ich irgendwo drüber loge und sie anschießen will, schießen zwei Anti-Air-Towern. Juhu, ich hab jetzt 4-1, ich bin der einzige Gegner hier gerade, ich bin zufrieden. Ich bin der einzige Gegner hier gerade, ich jagen nur mich. Auf jeden Fall. Luki, bleiblich. Ich bin mich hässlich gerade. War dich vor. Da liegen zum Beispiel eine Max noch und zwei Soldaten hier im Haus drin. Jetzt nicht mehr. Jetzt nur noch einer. Und Food, da liegt da. Ja, ich lebe auch noch. Drei Soldaten. Ja, ja, nicht mehr. Oh mein Gott. Ob der Max? Da kommt, jawoll. Und Dark ist tot. Ich springe einfach genau in die Granate rein. Das ist ja dämlich. Guck. Aber ich hab's mit dem Max mehr. Apropos, die war doch zu viel. Nein, jetzt haben sie mehr. Nein, Spawnbeakon. Ich hab mich getötet. Also komm ich nicht hin, da sind schon die Warnungs drin. Oh, fuck. Na, ich hoffe, der Zanderer, der jetzt da hingekommen ist, der setzt jetzt ein. Wird das als Einzelne, ne? Ja, Gott sei Dank. Hol mir die jetzt mal. Okay. Weil das regt mich auf, sowas. Was denn? Da war ich jetzt aggressiv. 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 Wir kommen jetzt in eine Vernichtung von einer Blitz. Aggressives Gameplay. Ah, der ist nicht ganz heile. Der ist immer noch nicht ganz heile. Der ist immer noch nicht ganz heile. What the fuck, was bei mich hat. Immer noch nicht? Da ist ein Dreck, was schießt denn auf den? Weiß ich nicht. What the fuck, da kommt. Oh, leck, oh, leck, oh, leck. Also, komm, vier Galaxies. Drei Galaxies. Oh, je. Ah. Die ficken gerade alles. Ja, wir haben sie jetzt gerade gegenseitig gefickt. Ja, haben sie. Und jetzt ficken sie uns. So ein bisschen. Oh, die Tor habt, die Tor habt. Ein Kill hab ich, ein Kill hab ich. Schnauze. Oh, ich glaub ich hab dich. Scheiße, da war was. Ich seh ihn. Wo ist er? Oh, Mann. Hinter dir alle. Ja, das müssen wir wissen. Wo sind sie? Oh, hinter mir. Okay. Ich glaub, wir können gleich wieder zurückgehen und da dann gleich verteidigen. Da ist noch ein Sand, aber. Da haben die über sich her, die Wichser. Oh, oh, oh. Erstmal hier noch stumm schurten. Ja, wir haben mal praktisch. Immer schön. Na, sch. Na, sch. Na, sch. Das macht meine Karte wieder kaputt. Och, Mann. What the fuck, Alter. Zwei Schüsse betont. Da war eine von den Scheißspionen hab ich weggeholt. Ich denk mir, so ein Rechenspion, da oben ist einfach, boah, jetzt überfahrt mir auch noch ein eigener Spacken. In anderen hab ich auch weggeholt. Das war meine ersten Schüsse in einer Zeit, in ungefähr einem Monat und ich hab sofort zwei Level 80er weggeholt, die mich gesucht haben. Ich würd sagen, ich hab noch nicht verlernt, wie es funktioniert. So muss laufen. Ist wie Fahrradfahren. Oh, ich bin tot. Die Fahrradfahren sind nur ein Futter von uns noch nie. Wir werden uns gerade. Wir haben eine Balanceabwehrgeschütze. Ey, glaub ich, wir können wirklich eine Basezug. Ne, ich würde jetzt noch nicht noch stehen, wir werden auch schon mal. Kartetsche, Harris, holen, wenn der uns was bringt, oder ein Hilbert. Brauchen wir irgendwas in die Richtung? Hilbert, wenn man. Wir brauchen mehr Spioner, ich brauch das Land. Ach, der Scheiße. Ja, wenn man gegen Panzer. Okay. Panzer. Also, das sieht aus wie eine Ameisenarmäe hier. Aua, 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 aua. Die Ameisen beißen vom Technik. Was, Technik? Verstärker, Verstärker. Ich weiß schon, was du gesagt hast. Ein Schuss gemacht, ne ganze Armee schießt auf mich, wie geil ist das schon. Da kommst du raus, okay, ja. Ähm, Ivanus kommt auf den Berg runter. Äh, soll ich doch ein Katschächtchen nehmen, wenn die Märk unterkommen? Nein, nein. Sniper, wirst du auch glaubt, kommt vom Vorteil. Ja, Sniper, ich hab ein Kill gemacht mit der Sniper. Ich steh jetzt auf das Häuschen drauf. Ich zieh die Falle gehen vor. Wo sind sie denn? Wo ist denn die Ameisenarmäe? Ich drück die Mini da nicht hin, ne? Oh, da kommen sie. Ich zieh einfach auf F, Alter. Hä, Fahrzeugs Munitionsverteiler reparieren jetzt? Oh, ja. Da, er muss power reparieren. Ja, ja, ja. Mach sie weg. Mach sie weg, mach sie weg. Weg vor dir. Labgamer, das ist dein Ayo Hossi ein Vorteil. Statt die Halmpreise auf Maxis jetzt sowas. Und Landeplattformen haben genau den gleichen Effekt. Kannst du nicht ein bisschen zurückfahren, dass ich ihn vielleicht ein bisschen durchschauen könnte. Alter. Kein einziger Treffer. Warte, oben ist er allerdings, ne? Oben? Oben, ja. Hast du denn von oben geschossen? Der ist ganz oben. Warte, ich geb dir mal frei. Du lenkst den ab. Fahr mal weg rum und so. Natürlich. Alter. Hallo, hi, hi, hallo. Nein, das steht auch nicht auf. Ich glaub, ich stimme. Jetzt steht auch nicht auf. Das ist dumm, Alter. Ich war einfach so richtig behindert, weißt du? Ich hab ihn halt einfach mit der Schottkant verletzen. Der hat aber nicht gehört, dass ich von hinten gelaufen gekommen bin. Ja, ja. So ein Idiot. Er hat sich an, dass er dient, ohne wisst. So, und jetzt, falls ich es nochmal probieren darf. De, de, de. Alter. Alter. De, 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 de. De, de, de. Alter, Mann, leck mich doch. Da ist auch einer. Oh, da ist er, da ist er. Er ist doch. Jo, ich hab auch noch... Er ist dafür. Wir sind Ihnen überlegen. Er wird sich freuen. Daunischer. Daun. De, 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 de. So, dann fahren wir mal zum Rest, nachdem wir hier schon wieder die Heldentaten aller Heldentaten tun. Und unser Team gerettet haben. Ja. Und unser Verein und was der. Ja, ja, alles. Oh, der fuck. Wäre der Continent schon verloren. Oh, ja. Jetzt sind zerstörte Brücken oder ist es einfach nur immer? Die ist schon immer zerstört. Echt? Ja. Ja. Ich hab noch nie gesehen, Alter. Kann mich jemand abholen? Ja. Nein. Mach einfach... Stell dich einfach auf die Straße und warte. Ja. Drück den Daumen. Oh, lol, der da doch. Ich drück dir gleich eine. Oh, ich muss nicht drauf geben. Läuft ein Warno direkt bei uns am Spawn drum. Keine Chance, Spion. Auf der, auf der Straße ist, glaube ich, auch einer. Oder ist der hier? Nee. Sehen dich, wer? Noch nicht, der ist ein Fick, Alter. Ja, mal nachhören. War ein Spion, nee, ne? Nee, es war ein Heavy. Oh, Dark. Ah, Dark, ihr macht Red Bug? Jo. Jetzt wird er gesnappt. Wir haben die Einrichtung erfolgreich. Ich verteidige dich. Au, das klappt. Da ist, davon ist ein Wenk, ähm, Wecki. Ich auffallend. Ja, boah. Schießt er denn immer noch auf mich? Ja, oder schießt die immer noch auf mich? Ja. Ich hätte mein Spion behalten, sondern nicht wenigstens Tarnung einsetzen können. Nooo. Maggie. Jo, jetzt lasse ich euch mal kurz mit diesem... Ich bin gleich wieder da. Oder halt mal die Leute, Leute. Was? Das ist Skill. Ja, Mann. Das ist Skill, Mann. Ja, geil. Zwei Kiss. Ein Mac, nice. Ich muss wirklich ein Mac anlegen. Oh, ich habe den Schuss auch nicht gesehen. Oh, er hat uns gesehen und dass irgendwas anders böses ist. User was moved to your channel. Moin, moin, Hefti. Äh, da oben, da hinten. Jo, wir werden immer mehr. Heute ist Partyaufnahme. Ah, wo sitzt der? Mann, der Wichser mit seinem Schuss ist geschützt. So. Partyaufnahme. Ja, Pa... Oh, Maggie, 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 rechts. Oh. Er kann nix. Aber weg, du bist, dass Darkie gleich tot ist, oder? Ja, Bank hat Unterstützung, ist gut. Ich glaube, Darkie ist gleich tot. Ich lasse dir mal lieber ein Schild holen. Schild ist wieder da. Ich habe eh automatisch... Das Ding ist drin, oder? Ja, aber wenn du stirbst, dann bringt dir deine automatische Heilung auch nichts. Achso, ja gut, das war's doch. Wenn ich selbst unter dem Gummig gefahren wäre, dann wärst du geplatzt, aber Safety. Wo sind wir denn? Ich habe immer noch da. Ja, ja, wir haben noch ein Meer bekommen, in Futur. Hefti ist auch noch dabei. Das... Klaropp Luftgeräu. Ja, ja. Ich bin nehm. Edile und Vetentäuser. Ja, nur jetzt woінender Vielen Dank.